Zwar hat der WAC zu Hause gegen Red Bull Salzburg sportlich nicht viel zu lachen, hier klicken für den Live-Dicker, auf Twitter haben die Kärntner die Scherznase aber ganz weit vorne. Denn mit Bezug auf die, nun ja, etwas spärliche Auswärtskulisse der Salzburger twittert die Social-Media-Abteilung der Wolfsberger ein Foto der Auswärtstribüne mit einem vielsagenden M. Das Foto zeigt eine Tribüne, auf der kein einziger Mensch weit und breit zu sehen ist. Der Support der Bullen dürfte sich in Grenzen halten. Nun sieht's zwar so aus, als würden dezimierte Kärntner zwar sportlich verlieren, auf Twitter besiegt der WAC den übermächtigen Gegner aber um Längen. Werbung Werbung